Vor einem Jahr den Halbfinal gegen das Team Kanada und steht zum zweiten Mal in Serie im Final. Nicht nur unter Daxe, denn auch unter Guy Boucher ist für das Team Kanada gegen Genf sehr wett. Schlechter Verlierer in diesem Moment, Guy Boucher, aber es ist verständlich, da ging es um viel, da waren die Nerven angespannt.